Hallo und herzlich willkommen zu diesem Analyzer Pro Tutorial. In diesem Tutorial geht es um die 3D-Darstellung. Das Tutorial ist gültig ab Analyzer Pro Version 19. Beginnen wir mit einer einfachen Skizze und einer Kreuzung. Im Anschluss stellen wir über das Tool mit dem Baumknopf verschiedene Straßenelemente wie Bäume oder eine Litfausssäule, Straßenlaternen oder eine Parkbank in unsere Landschaft. Im Anschluss öffnen wir über den 3D-Knopf das 3D-Fenster. Sie sehen, dass an den Stellen, an denen 2D-Objekte stehen, nun auch 3D-Objekte stehen. Die 2D-Darstellung und die 3D-Darstellung ist strikt gekoppelt. Wir können in 2D-Objekte verschieben und an derselben Stelle werden in 3D-Objekte an dieselbe Stelle verschoben. Das gleiche gilt auch für eine Vergrößerung durch Aufziehen des einfassenden Feldes. Neu ist, dass jedes Objekt unter den Eigenschaften jetzt auch eine 3D-Darstellungsseite hat, über die verschiedene Eigenschaften der 3D-Darstellung verändert werden können. Beispielsweise das Rechteck kann in ein Haus mit einem Dach verwandelt werden, so man dies in den Einstellungen vorgibt. Weiters ist es beispielsweise möglich, dass man eine gerade Linie zeichnet und danach die Eigenschaft einer dreidimensionalen Mauer gibt. Diese kann man auch im Nachhinein noch länger oder kürzer ziehen. Das gleiche geht natürlich auch für andere Dinge, wie zum Beispiel eine Hecke. Kommen wir nun auf die Möglichkeiten der Sonnenlichtdarstellung zu sprechen. Wenn Sie auf das Sonnensymbol klicken, können Sie auswählen, dass der Sonnenstand entsprechend der Örtlichkeit, Uhrzeit und Datum berechnet werden soll. Für die Berechnung des Sonnenstandes ist außerdem die korrekte Angabe von Längen und Breitengrad relevant. Hierfür hat Analyzer Pro eine Datenbank mit mehreren tausend Ortschaften im mitteleuropäischen Raum hinterlegt. Wählen Sie im ersten Schritt Ihr Land aus, im zweiten Schritt eine engere Eingrenzung auf die Region und geben Sie nun den gewünschten Ort ein. Analyzer Pro wird automatisch alle zur Verfügung stellenden Orte mit diesen Buchstabenkombinationen anzeigen. Wenn Sie auf den entsprechenden Ort klicken, dann werden die Koordinaten eingetragen und die Darstellung wird entsprechend angepasst. Wenn wir die Schatten einschalten über das Schraubenzieher-Symbol, sehen wir auch deutlich, wie sich die entsprechenden Änderungen auswirken. Wir haben auch die Möglichkeit, die Nordrichtung der Skizze zu verdrehen, indem wir auf Norden anzeigen klicken. Sowohl im 2D als auch im 3D haben wir nun die Möglichkeit, entsprechende Änderungen an der Ausrichtung unserer Skizze vorzunehmen. Auch Fahrzeuge können wir nun direkt mit offenem 3D-Fenster verschieben und verändern. Hier setze ich beispielsweise eine Fußgängerin hin. Oftmals ist es auch wichtig, die Sicht aus Seiten des Verkehrsteilnehmers darzustellen. Hierfür können wir über das Kamerasymbol die Sicht relativ zu einem Verkehrsteilnehmer geben. In diesem Fall zum Beispiel aus Sicht der Fußgängerin. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß beim Üben.